Hallo, schön, dass du hier bist. In diesem Video geht es um die Frage, wie stelle ich denn Schatten in einer schönen, verschneiten Berglandschaft dar? Das Bild, an dem ich hier arbeite, wurde von einer Teilnehmerin aus der Dienstagsgruppe beim Online-Malen zur Verfügung gestellt. Und du siehst, dass ich jetzt hier anfange mit dem Vorzeichnen und auch, dass ich anscheinend ein anderes Format gewählt habe, als die Vorlage an sich hat, nämlich ein quadratisches. Und das liegt daran, dass mich eigentlich der Effekt im Himmel mit dem Licht der Sonne nicht so interessiert hat, sondern ich ganz zu Beginn überlegt habe, was finde ich hier denn am spannendsten an diesem Motiv. Das ist ja sehr gut, wenn man sich das immer zu Beginn gleich fragt. Und für mich ist es tatsächlich diese Zusammenarbeit, dieser Dialog zwischen den beiden Hütten. Dieses Gefühl, dass die beiden Hütten dort so ganz kuschelig zusammenstehen und dass zwischen denen irgendeine Art von Beziehung besteht und zumindest, dass ich jetzt als Wanderin in den Bergen zu den Hütten mich irgendwie verhalten kann, nämlich, ich sehe sie und freue mich, dass da kuschelige Hütten sind, das hat mich eben am meisten interessiert. Und deswegen fange ich auch direkt mit denen an. Also ich habe die Unterkante der Bäume als allererstes skizziert und dann aber überlegt, die müssen jetzt aber schon beide auch raufpassen, die Hütten. Und da musste ich dann nochmal kurz korrigieren. Und jetzt siehst du, dass ich hier auch bei den Kanten vom Dach eine doppelte Linie setze, denn so ein Dach hat ja eine gewisse Dicke. Und oft ist es so, wenn wir nur eine Linie setzen für ein dickes Dach oder eine Kante vom Tisch oder so, dass wir dann vergessen, mit dieser Dicke sozusagen noch was zu machen. Und hier habe ich mir die direkt mit zwei Linien eingezeichnet, damit die später noch einen Schatten kriegt, also ihren eigenen Schatten. Und das ist wichtig, das nicht zu vergessen. So, und jetzt bin ich hier in dem Bereich, wo ich den Schatten vorzeichne, der von dem Haus so schön geworfen wird. Und wir reden ja dann noch drüber, wie ist es mit den Schattenfarben. Und du siehst, dass ich das jetzt gleich wieder so abtupfe mit dem Knetradierer. Denn wenn Schatten Umrisse haben, also Konturen, und man das später im fertigen Aquarell sieht, dann besteht die Möglichkeit, dass sie nicht wie Schatten aussehen, sondern wie irgendeine Art von Gegenstand. Nur, dass man dann häufig nicht weiß, was es für ein Gegenstand ist. Deswegen habe ich die Umrisslinie da ganz zart wieder wegradiert. Und jetzt bin ich hier bei dem großen Baum in der Ecke. Der ist so von zentraler Bedeutung, finde ich, weil das so der größte Baum ist und der direkt neben diesem kleinen Hütchen steht. Der ist höher als die anderen. Und ich habe den jetzt echt mit viel Akkuratesse gezeichnet. Ich weiß genau, dass mir jetzt gleich da die Lust dafür vergeht, weil ja noch so viele Bäume kommen. Und es geht ja in der Vorzeichnung nicht darum, alles picobello anzulegen, so als sollte es eine Bleistiftzeichnung werden, sondern einfach den Platz zu reservieren sozusagen und für mich selbst die Information niederzulegen, hier kommen die Bäume hin, da kommt was anderes hin. Und für mich ist es deswegen häufig gar nicht so wichtig, dass die Vorzeichnung so viele Details hat. Und deswegen gehe ich jetzt hier bei den Bäumen auch ganz krude vor und die kriegen jetzt nur so eine Außenkontur sozusagen, weil der Wald, der sich da befindet, der ist ja eine zusammenhängende dunkle Form. Und genau so ist es auch hilfreich, darüber nachzudenken, wenn du ein Motiv vor dir hast, ein Landschaftsmotiv, dass du erst mal guckst, welche großen Formen sehe ich denn da, in welche drei bis fünf Formen kann ich denn mein Bild unterteilen und welche Tonwerte haben diese Formen. Und bei diesem Wald ist es, glaube ich, ziemlich einfach, das zu unterteilen, weil das ist ja eine große dunkle Form. Und die hat eine große gestalterische Bedeutung für dieses Motiv. Dadurch, dass der Wald oder diese Form jetzt hier so dunkel ist, leuchtet natürlich der Vordergrund dann noch so richtig schön hell. Und bei diesem Hütchen finde ich es auch schön, dass nämlich gleich links daneben sich so ein sehr dunkler Schatten anschließt von dem Baum, von der großen Tanne da und auch noch von anderen Bäumen. Da habe ich schon die ganze Zeit froh lockt, dass ich das dann da dunkel setzen kann. Ja, und im Prinzip ist mit der Vorzeichnung jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Aus dem gleichen Grund wie zuvor bei dem Schatten von der Hütte habe ich hier die Linie jetzt gerade auch noch mal ein bisschen wegradiert. Ich brauche nur für mich die Erinnerung, dass ich da an der Stelle was machen will, aber ich brauche jetzt keine direkte Konturlinie. und tatsächlich will ich den Hintergrund auch ein wenig gestalten, aber nicht besonders ordentlich oder ausarbeiten. Und deswegen kommen jetzt hier noch ein paar Bleistiftlinien für die Berge rein. Und bei solchen Sachen, bei Höhenzügen, die ja tendenziell so parallel zueinander verlaufen, da ist es ganz gut, wenn du darauf achtest, dass du deine Linien nicht wirklich parallel setzt, also dass die Winkel so ein bisschen variieren und dass hier mal eine Welle drin ist und da, dass das nicht so von Menschen handgemacht aussieht, also die Berge in dem Fall, die Linien sind es ja, sondern dass es wirklich so was Organisches behält. Das ist ziemlich schwer. Da während des Zeichnens, guck mal hier bei den kleinen Hügelchen da hinten, die sind alle im gleichen Abstand zueinander. Also es ist ein bisschen schwer, das immer umzusetzen. Ja, jetzt noch letzte Verbesserungen und dann kann man noch mal das Motiv angucken. Was ich da eigentlich am Wickel habe. Also nach der Vorzeichnung kommt jetzt eben die kurze Phase nochmal des Vergewisserns, wie mache ich jetzt weiter, wie geht es jetzt los. Also hier ist das Motiv. Du siehst da meine Maus und du siehst hier die Einzelheiten, die ich auch gesehen habe. Und ein Teil, also nur ein ganz kleiner Teil davon wird den Weg in das Bild finden, weil es nämlich im Prinzip kein vollständiges, hochwertiges Aquarell wird, sondern eine schnelle Landschaftsskizze. Und du siehst hier die Tonwertunterschiede bei den Bäumen. Das ist vielleicht ganz gut. Also einige sind dunkler, andere sind heller. Und für die Phase des Malens ist es natürlich gut, das nochmal im Hinterkopf zu haben und das dann auch mit einzuarbeiten. So, und bis hinunter zu den Bäumen, zur Unterkante von den Bäumen, kann ich jetzt wässern. Denn diesen Bereich kann ich im ersten Schritt erstmal nass und nass bearbeiten. Aufpassen, dass die Dächer da frei bleiben, denn da gibt es ja schönes gleißendes Weiß. Und während es jetzt noch sehr, sehr nass ist, mache ich einen kleinen Farbtest. Ich möchte diesmal Kobaltblau nehmen. Ich sage diesmal, weil ich normalerweise Ultramarinenblau für so ein Sujet nehmen würde. Ultramarinenblau und ein Erdton eignen sich sehr gut, um solche Schatten zu erstellen. Und auch das Ultramarinenblau für die blauen Schatten selbst ist ja auch sehr schön. Das ist jetzt Ultramarinenblau und in der Mischung mit Sienna gebrannt. Und oben eben mit Kobaltblau. Und ich hatte mich zuvor aber schon entschieden, dass ich Kobaltblau tatsächlich nehmen werde. Einfach, um auch mal für mich das nicht nur so, ich male jetzt hier ein schönes Bild, das nicht in dieser Kategorie zu belassen, sondern, dass ich auch nochmal was lerne. Dass ich nochmal Kobaltblau intensiv benutze und lerne, wie es sich so verhält. Und auf das feuchte Aquarellpapier setze ich jetzt so ganz locker eine erste variierende Waschung. Du siehst, es verteilt sich da so und ich ziehe das direkt runter an die Kante vom Wald. Denn später kann ich ja die dunkle Baumreihe da noch davor setzen. Man sagt, dass man bei einer Landschaft und auch generell beim Aquarell immer hinten anfangen soll. Oder auch bei anderen Medien. Man soll hinten anfangen, damit diese Überlappungen entstehen und dass das, was vorne ist, auch wirklich oben drüber gemalt ist, sozusagen. Muss man beim Aquarell natürlich aufpassen, dass es schön hell ist. Diese Pinselbewegung gerade eben war meine Trockenübung für die Schatten, die ich jetzt gleich auch noch in dieser Phase setze. Denn das ist ein gutes Blau für die schönen, ausdrucksstarken Schatten auf dem Schnee. Und warum nicht, wenn ich das gerade sowieso im Pinsel habe und das Papier an der Stelle den richtigen Zustand hat. Es ist nass. Ich kann jetzt die Schatten da hinsetzen. Warum nicht? Und die Schattenseite von der Hütte kann auch gleich schon mal eine erste Schattenwaschung bekommen. Also das ist jetzt ein Vorgehen unter dem Motto, wo ich die Farbe gerade im Pinsel habe, was kann ich damit alles erledigen? Und du wirst sehen, dass diese Schattenwaschung hier, also die Schatten, die von dem Wald geworfen werden, auch der Schatten an der Hütte, dass da nicht mehr wesentlich viel mit passiert. Also das ist jetzt tatsächlich alles im ersten Durchgang erledigt worden. Und jetzt auch hier diese Welle im Vordergrund nochmal auslaufen lassen mit ein bisschen Wasser. Das ist der Vordergrund quasi auch gleich fertig gestaltet. Da können jetzt noch ein paar kleine Fußstopfen oder sowas in der Art hineinkommen. Und dann muss es natürlich trocknen. Da hatte ich geföhnt. Aber das habe ich jetzt rausgeschnitten. Guck, und für alles, was jetzt noch kommt, für die ganzen dunklen Farben, benutze ich dieses Farbfeld da oben, wo ich immer die dunklen Farben anmische und wo ganz viele Farbreste drin sind. Und deswegen kann ich da immer nur ungenau sagen, welche Farben in meinen dunklen Mischungen enthalten sind. Also ich weiß schon, was ich in einer Malsitzung dort reinmische. Meistens ein Blau und ein R-Ton. Wenigstens ein Blau und wenigstens ein R-Ton. Aber es sind eben auch Reste von vorherigen Malsitzungen immer in diesem Feld. Das ist ganz gut, wenn du für Sachen, die jedes Mal, immer beim Malen passieren, wenn du dafür auch dein kleines Feld hast. So, und jetzt fange ich natürlich auch wieder hinten an, mit den fernen Bergen. Und das ist eine ganz, ganz verdünnte blau-graue Lasur, weil die ja sehr weit weg sind. Und die Bergreihe davor könnte ein bisschen dunkler sein. Das ist jetzt aber nicht so von entscheidender Bedeutung. Ich baue jetzt erst mal das Bild quasi von hinten nach vorne auf. Und du siehst, es ist ein grobes Papier. Es ist ein Feinkornpapier, aber ein bisschen grobes Feinkornpapier von Fabriano. Und hier habe ich jetzt diesen Teil der Bärkette noch mal ein bisschen dunkler gesetzt, also vom Tonwert etwas erhöht, damit auch klar ist, dass der näher am Betrachter dran ist, dieser Teil. Aber das baue ich jetzt nicht so systematisch auf, dass das, was da vorkommt, jetzt gleichmäßig dunkel wird. Ich versuche, die Berge so ein bisschen zu variieren und die vermischen sich jetzt ja auch. Siehst du ja, dass die eine Schicht nass an die andere nasse Schicht anstößt und die deswegen eins werden. Hier und da kann man natürlich auch mal was freilassen, dann vermischt es sich da nicht. Schön locker arbeiten. Jetzt bin ich da auf der Seite, die in der Vorlage relativ hell war. Ich habe mich entschieden, diese dunkle Bärkette, die direkt hinter den Bäumen ist, ins Tal hinein heller werden zu lassen, sodass hinter den dunklen Bäumen es tatsächlich ein bisschen heller ist. Das ist so dieser Effekt, den ich ganz gern mag, von, da steigt so ein kalter Nebel aus dem Tal auf. Zum Beispiel. Also es funktioniert mit dem Realismus, dass man denkt, okay, da unten ist das kalte Tal, da steigt jetzt so Kaltluft auf. Aber der wichtigste Grund dafür ist ein gestalterischer. Wenn es nämlich hinter den dunklen, dunklen Bäumen tatsächlich etwas heller ist, dann ist der Kontrast da höher und dann ist das wirkungsvoller. So, und jetzt ziehe ich die Waschung noch runter bis an den Waldrand, dass da keine ungewollten Kanten irgendwie entstehen. Denn alles das, was am Wald passiert, ist ja noch viel dunkler und kann nochmals oben drüber gesetzt werden. So. Und während das jetzt dann nass ist, überlege ich, kann ich damit jetzt noch was machen? Kann ich diesen feuchten Bereich variieren? Ich könnte zum Beispiel versuchen, die Bäume etwas anzudeuten. Dafür ist es hier jetzt eigentlich noch zu nass. Also das, auf der rechten Seite wird es jetzt ziemlich dunkel, groß und zusammenhängt. Auf der linken Seite entsteht tatsächlich so eine variierende Struktur. Und die Logik dahinter ist jetzt, dass man natürlich an der Bergreihe, die direkt hinter den Bäumen sich befindet, die können wir ja in ihrer Außenkontur gut erkennen, dass man da natürlich eigentlich mehr erkennt. Also da ist es ganz gut, wenn es da so ein bisschen mehr Variationen gibt. Da würde ich jetzt nicht mit einem kleinen Pinsel in so einem kleinformatigen Bild das ist ungefähr 20x20. Würde ich jetzt nicht mit einem kleinen Pinsel da irgendwie was machen. Aber einfach da mehr Variationen einbauen. So, und jetzt, während das da oben alles nass ist, kann ich ja hier unten weiterarbeiten an der Hütte. Und auf dieser Schattenseite ist sie natürlich relativ dunkel. Deswegen nehme ich jetzt dieselbe Kobalt-Blau-Sienna-Gebrannt-Mischung oder vielleicht ist da auch im Umbra-Gebrannt enthalten. Und setze erst mal die dunkelste Schattenseite in so einem kühlen Grau und zum Licht hin wird es dann ein bisschen wärmer. Das ist jetzt mit Sienna gebrannt, aufgewärmt. ist zwar immer noch eine Schattenseite, aber ich muss die Hütte ja nicht anstreichen mit immer derselben Farbe. Das ist ja sowieso ganz schön im Aquarell, wenn so alle anderthalb Quadratzentimeter, kommt aufs Format drauf an, also wenn regelmäßig die Farbe ein bisschen variiert. Und jetzt löse ich den Rand hier unten an, siehste, so dass die Waschung auf den Schatten raufläuft. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, das kannst du dir merken. Der Schatten sollte per Maltechnik immer mit dem Gegenstand, der ihn wirft, zusammenhängen. Und dadurch, dass jetzt diese Schattenfarbe von der Hütte nochmal auf die Schattenfarbe im Schnee raufgelaufen ist, ist da ein besserer Zusammenhang hergestellt. Sieht einfach organischer aus. So, und während der Wald jetzt immer noch nass ist, kann ich aber wenigstens schon bei dem kleinen Hütchen die dunklen Stellen anlegen. Und ich stelle jetzt dabei fest, dass ich tatsächlich in den Wald dort schon wieder reinmalen kann, dass das Papier dort schon getrocknet ist. Weil hier fängt jetzt ja nichts an zu laufen. Und dann kann ich da diese große, prominente Tanne, die mir so gut gefällt, dann kann ich die schon ausarbeiten. und alles mögliche andere, was inzwischen immer noch einfällt, auch noch erledigen. Pinsel wechseln, genau. Guck mal, hier ist jetzt nämlich die Kante von dem Dach und die wird jetzt nochmal an dieses Kobalt-Blau-basierende Schattenblau gesetzt. Die ist ja im Schatten, wohingegen das Dach größtenteils eben in der Sonne ist. Kleine Korrektur. Wenn man schon mal den passenden Pinsel dafür in der Hand hat. So, und wo der Wald jetzt auch hier schon trocken ist, fange ich jetzt mit diesem super kleinen Pinsel an, den dunklen Wald auf das Papier zu bringen, mit einer Mischung aus Kobalt-Blau und Umbra gebrannt. Und möglicherweise ist da auch noch das dunkle Delft-Blau von Schminke enthalten. Das ist ja jetzt wirklich eine sehr dunkle Mischung. Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum nimmst du denn da so einen kleinen Pinsel? Das liegt an der Kante oben. Also die Außenkontur, das sind ja Nadelbäume, die ist halt so spitz. Und da dachte ich, ach, das ist ja ganz gut mit so einem kleinen Pinsel das zu machen, aber da kommst du natürlich überhaupt nicht voran. deswegen wähle ich jetzt den anderen Pinsel. Das ist so ein chinesischer Dusche-Pinsel mit Ziegenhaar und der hat eine sehr feine Spitze. Und in dieser Phase denke ich, dass ich den anderen Pinsel jetzt auch noch mal benutze, dass ich so eine Zwei-Pinsel-Zwei-Hand-Technik praktizieren werde. Ganz witzig, mache ich nie und deswegen lege ich den kleinen jetzt auch zur Seite und versuche einfach mit dem Ja gut, ich lege ihn doch nicht zur Seite. Ich löse da unten den Rand an. Damit nehme ich auch hier der der Wald mit dem Schatten zusammenhängen. Und du siehst die ich habe jetzt mehr Blau wieder aufgeladen. Nicht nicht durchgehend für eine große Form auch immer die gleiche Farbe verwenden. Das sieht nicht natürlich aus. Deswegen ist jetzt hier dieses die Farbmischung für den Wald etwas blaustichiger und wahrscheinlich wird jetzt die Farbe gleich wieder wechseln. Und du siehst, dass es ganz gut funktioniert eigentlich mit dem mit diesem anderen Pinsel, der etwas größer ist ist auch da so eine interessant gezackte Kante auszuarbeiten. Mich zieht es zu dem großen Baum. Ich möchte den gern ausarbeiten, aber ich möchte natürlich auch an den nassen Bereich ranarbeiten, damit da kein Trocknungsrand entsteht. Das wäre jetzt nicht so schlimm, aber von der Logik her ist es einfach so, wenn ich in der einen Form bin, dann arbeite ich die immer an das Nasse anschließend eben durch. Und du siehst auch, dass die Mischung hier wieder nicht genau so blaustechig ist wie zuvor. Die ist dabei schon wieder mehr braun enthalten. So, und jetzt lasse ich das an den Schatten reinlaufen. Lade nochmal neue Farbe auf und dann arbeite ich weiter an den nassen Bereich ran nach links. Und schon in diesem Arbeitsschritt ist der Wald mal heller und mal etwas dunkler. Und du siehst dich mal da überhaupt nicht ordentlich. Versuch die Farbe relativ locker aufzutragen, damit sie sich auch jeweils verschieden verteilt und dass das einfach wie was Organisches aussieht und nicht wie angestrichen. Ja, endlich kann ich den großen Baum malen. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Ich weiß noch, dass ich mich darüber sehr gefreut habe. Jetzt kommt doch die Zweipinseltechnik nochmal zum Einsatz. Witzig, wenn man im Nachhinein guckt, was man so macht. So. Ich gucke mir ja auch nicht ständig beim Malen zu. Und ich würde mal sagen, dass ich das nicht so oft mache, dass ich mit Zweipinseln in einer Hand oder mit Zweipinseln zugleich arbeite. Hier ist jetzt wieder mehr Braun enthalten. Und ich denke jetzt schon, Antje, in der Ecke muss es nochmal richtig dunkel werden. Vergiss das nicht. Also, das ist jetzt schon einiges dunkler als an anderen Stellen in der Baumreihe. Hier kommt jetzt nochmal ein Extraschatten in den Schatten, in den Schatten, nämlich der, den das Dach wirft. Also, und direkt unterm Dach auf der Schattenseite von der Hütte müsste es eigentlich richtig dunkel sein. Und deswegen habe ich das jetzt gerade auch nochmal dunkler gesetzt. Ja, und im Prinzip ist das jetzt ziemlich komplettes Aquarell. Also, jetzt bin ich schon in der Phase, wo ich denke, okay, jetzt mal eine Einschätzung vornehmen. Was muss jetzt hier noch getan werden? Mit dem kleinen Pinsel ein paar Verbesserungen vornehmen. Okay, wo kann ich etwas, was noch läuft und vielleicht nicht laufen soll, reparieren? Hier zum Beispiel sind der Wald und der Schatten so richtig eins geworden. Das wollte ich ja nicht ganz. Ich wollte nur, dass da eine etwas organisere Verbindung besteht. Deswegen setze ich den Wald jetzt nochmal mit einer dunkleren Kobalt-Blau-Umbra- Mischung ab. Und die muss ich jetzt noch überblenden. Die muss jetzt noch verlaufen in den umliegenden Bereichen des Waldes. Und die große Tanne in der Ecke, die ist auch noch nicht so richtig dunkel. Die darf auch noch etwas dunkler werden. So, die ist jetzt richtig, richtig dunkel. noch ein paar ganz kleine Schattenecken. und das folgt jetzt der Frage, die zum Schluss immer gut ist, sich die zu stellen. Wo kann es nochmal dunkler werden? Wo in meinem Bild kann es nochmal so richtig schön dunkel werden. Und das sind oft nur ganz kleine Stellen, aber die machen schon einen Unterschied. Also man muss nicht eine ganze große Form nochmal sehr, sehr dunkel setzen. ja, du siehst mit Kobaltblau, das ist ein granulierendes Blau. Da gibt es dann so eine Struktur auf dem Papier, in den Bergen sieht man das sehr gut, dass man da so kleine Pigmentansammlungen erkennen kann. Wenn es etwas verdünnter ist im Vordergrund, dann nicht so stark. aber ich hatte den Eindruck, dass Kobaltblau besonders gut funktioniert für dieses Motiv, weil es so ein schönes, freundliches Strahlen des Blau ist. Ja, und jetzt entferne ich da das Malerkrepp und das Motiv ist im Prinzip beendet. Ich hoffe, dass dich das inspiriert hat, das auch mal zu versuchen, eine Schneeszene zu malen mit schönen blauen Schatten und ich freue mich, wenn ich ein Like von dir kriege und du meinen Kanal abonnierst. Danke und Tschüss!